Oh, Hunde. Feierabend. Schön, dass ich eingeschaltet habe mit dabei. Fuchs und der Scheiterloh. Hallo. Hallo. Ich brauche Immos. Ich brauche Immos. Wo sind die? Immos wüssten, wer der Babur ist. Was? Irgendwo hier links bin ich schon am Feld. Wo sind die denn hin? Da. Oh, die nach Hause gegangen. Warte, ich muss die wegmachen. Wo oben? Hä? Alter, wie unsichtbar. Ich dachte mich persönlich, wenn Zombies mich nicht angreifen wollen. Das heißt, du stinkst. Die denken, du bist einer von denen. Ja. Geil. Eigentlich lohnt sie einmal im Jahr duschen. Ich hatte mal Vorteile. Echt? Außer, 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 dass der Fuchs jetzt gut riechen kann. Da kann mich, da kann mich jetzt auch so riechen. Ja, ja, ich rieche nicht. Jetzt wieder zehnmal gegen den Wind, Junge. Geil. Geil. Ich lebe wieder. Ich lebe. Ich lebe. Ah ne, ich mir dann auch so puste. Spiele hoch. Ha. Da fährt von. Da fährt von Nick! Uf, da fährt von Lucy! Hupen. 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 Du würdest ihn das alleine machen. Hast du sehr gut gemacht, bin stolz auf dich. Danke. Über the coach nach Pelican. Ah ja, so ein leckeres Pelican hier. Ben? 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 Ben der Dehnung? Ben der Riss? Ach man, das ist so doof mit Ben, Ben, Ben der Dehnung. Ben Kenobi? Weiß ich nicht. Ah, General Kenobi. Ist er mit dem Besen? General Greaves, ah, General Kenobi. Oh, ist der Kasse. Ich habe aber nichts dafür. Kann ich mal lösen? Toll, Fire Monkey. Fire Monkey, sweetie, duft. Oh, was? Ach ne, die heißt ja Mauken. Mauken, scheiß Mauken. Schau mal vor, ey. Das sind die Fire Monkeys und wenn du lange so Schuhe an hast und ganz viel unterwegs bist, hast du... Fire, 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 Mauki. Was? Wie ein Feuermauken. Warte, wer ist da? Weg, genau, schön weggehen. Okay. Okay, let's go. Geil, der muss sogar da so hängen. Der kommt die Super einfach aus dem Holz. Verschwindelos nicht. Der ist einfach verschwunden. Der hat nie auf mich gehört. Oh, da ist ein Geldsack. Alter Arsch. Da ist ein Geldsack. Da läuft die ganze Zeit vor dir ein Geldsack rum. Da ist ein Geldsack. Ja. Da ist schon wieder ein Geldsack. Geil da in die Tür rein. Geiler Sack. Kannst dir jetzt aussehen, wenn du willst. Oh Gott. Hier brennt alles. Warum? Du bist da durchgelaufen. Bei mir hat nix gebrannt. Ja, ich weiß eigentlich. Du bist da durchgelaufen. Da fing mal alles zu brennen. Du bist so heiß. Seven? Ne, einmal. Okay. I won. I won. I won. I won. I won. Oh, guck mal. Du bist richtiger I won geworden. Was ist das denn? Geil, ich nehm was mit. Geil, schon wieder am Feiermarkten bekomme. Ah, General Kenobi. Ich glaub, wir sind mal Counter-Strike angekommen, ja. Warum? Ach, nur so. Ich weiß nicht. Ne, wir kommen uns auch mal. Gut, ne? Mhm. Oh, ja, 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 ja. Moin. Das ist okay. Ja, so kann man das auch machen. Wo bist du denn? Wo denn? Ja. Mal rumkommen hier. Ja, im Haus einer. Ich glaub, Grimm ist da drauf gekommen wegen dem Okay, let's go. Ist der Lump da drin? Ja, ja. 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 Ja, ja, easy. Das meintest du mit Traden. Was soll ich denn sonst mit Traden meinen? Ich hab genau, du hast ihn umgebracht. Moment, warum liegst du denn da jetzt? Mach doch mal was. Mach doch mal was, mach den mal weg jetzt. Was? Wann liegst du denn da? Hast du Urlaub oder? Ja, der hat mir einfach mit dem Zielfernrohnen Hedgehog gegeben durch die Tür. Na ja, nicht dafür, Arschloch. Arschloch, ey. Bis jetzt hab ich nämlich nicht den Trade, warum auch immer. Hä? Wie? Du hast ihn doch nicht mitgenommen. Ja, ich bin doch... Achso, ich muss ja noch... Oh, Moment. Moment. Komm gleich wieder. Ah, gut. Da ist die Beeilung. Ja, hier ist Beeilung. Glaublich komme ich mal zu dir. Da auf dem Weg liegt ein Arzt. Da liegt ein Arzt. Da liegt ein Arzt? Hey, let's do this. Was? Okay, let's do this. Sagen die doch nicht. Okay, let's go. Ich kenn das nur unter... Okay, let's go. Okay, let's go. So dieses Geflüsterte so. Ja. Im Kopf tatsächlich. Get out of here. Ja. So. Hab ich noch einen Muni mitnehmen können. Wirst du ja erst 1 pro 4 angefangen, Ego-Spieler zu spielen, aber... Ich kann mich nicht daran erinnern. Weil es Musik nebenbei gehört. War schon jung. Spitzig. Die Verbindierung war nur mit 1 6, ey. Ja. Lief immer am Ende von der Runde, ey. Ja, auf dem gemordeten Server. Meine letzte war's, ey. Ja. 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 Was denn? gaben? Ja. arzıselle, du hast was duftet. Das Feeder wird mir nicht mehr veramentet. Und像om etc. So, wieder Hive-Party. Können wir sterben? Scheiße, da hat er gar nichts bei. Du, 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 du. Oh, Nachschub. Geil. Dann drück ich mir erst mal was rein. Kannst du was sauber machen? Geil, warte, ich mach mal irgendwas sauber hier. Ich kann jetzt deine Waffe tauschen. Toll, ich sehe noch die scheiß Waffe zum Tauschen. Gar nichts freischalten. Andererseits, die Waffe wäre besser gewesen, als die ich habe. Was? Ich sehe noch einen Schlagring dann hier. Bam. Geil. Du hast geil gesagt, weil das andere, was ich hätte verstehen können, wäre nicht geil gewesen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das freuen wir uns alle bevor. Das ist sehr gut. Hier ist auch nochmal Geld. Geil, da ist Geld. Geiles Geld. Geiles Geld. Moment. Ach ne. Hau jetzt ab? Ne, doch nicht. Ach, der hat auch einer mitgenommen. Ja. Bis wir da sind. Holen wir uns die zuerst, oder was? Was machen wir? Holen wir uns die zuerst, oder? Münzen. Ja. Da unten, da unten ist noch Nachschub. Das ist mir egal. Münzen. Münzen. Ich begrüße sie. Ich begrüße sie. Hast du was hier in 100? Ach gut, hast du was? Ja, da kommt noch einer. Ah, ah. Ah, der weiß mich. Hau ab. Alter, was ist mit dem? Was war der mit dem? Der hat Aufzug gespielt, ey. Was war der? War der bei dir auch? Ja, ja. Ist so ein bisschen... umgebackt. Leicht. Ungeschesselt ist der. Ich hab geschesselt hier. Ja. Bewegen die sich da jetzt noch, oder? Nee. Jetzt nicht. Keine Lust. Jetzt gehen wir in die Brücke, oder? Gehen wir das Wasser? Hm, Wasser. Nee, oder nehmen wir in die Brücke. Ha, ausgetrickst. Okay. Boah. Crazy. Headshot. Oder ihr ist fast beide tot. Ja, deswegen hab ich noch geguckt extra. Der versteckte Fass liegt so im Eck. Ja. Ja. Jetzt sind wir noch da drin. Immer noch da drin. Hm. Guck da oben, wenn man da rausguckt. Hm. Nee. Wir laufen da drin. Ja, das hör ich auch. Also ich kann auf das Fenster gucken gerade. Ja, ich nö. Ja, klar. Der guckt raus in den Stand auf mich. Ja, natürlich. Der war schlägt. Ich guck doch nicht. Guck mal, du. Hast du am Lack gesoffen? Ja, Gott. Ja, klar. Hier, guck dir. Ich bin gleich neben am Zaun. Da guck ich auch noch mal. Da sind noch zwei am Fenster, also jeweils am Fenster irgendwo. Einer hat nen Hit. Ja, einer ist dann links weggelaufen. Einer ist da weg. Naja, der andere war da. Bei den Hit. Feuer. Sehr gut. Oh, zwei. Schöne Flicks gerade. Ping ping. Oh, er hat mich aber getroffen. Aber den habe ich auch wieder getroffen. Ja. Der Pisser hat Blutungsmonie drin. Der andere nicht. Guck mal hin. Ich hole mich auch mal. Wie nennt man jemanden, der einen Namen hat? Einen Namen. Ich will mal in linke Fenster gucken. Was? Weck mal hin. Was ist das? Was? Ein Hit. Das ist kein Headshot. Ich komm auf meine Ecke und direkt so... Ich rückgele immer wieder. Bin dahin entfernt. Dann auch mal weiter. Ich rückgele immer, ich rückgele immer wieder... Ich rückgele immer wieder. Ich muss einen anderen Platz suchen, zum Gucken. Kann ich hier mal durchgucken? Hmm... Das ist nicht einer in der Avto. Auf der anderen Seite ist ein Avto. Gibt er uns die? Guck doch mal da am Fenster. Das wäre so schön, wenn er da jetzt gucken würde. Ich weiß nicht, ob da ein Fenster ist. Ja genau, da bin ich gerade auf dem Ping. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Ich komme zu dir. Da ist aber jemand explodiert. Das war wie auch ein Doppelhit, what the fuck? Ganz komisch. Okay, dann ist das gestorben. Aber nicht von denen. Ich habe doch einen Neko. Hör auf damit. Ich will nicht husten. Ich sehe keinen am Fenster. Ja, er ist oben am Fenster. Oben rechts. Der sieht mich hier. Ja. Ich treffe die halt aber auch nicht. Guck mal Mutti. Ich kann nur Melk und dann treffe ich. Wo sind die Gegner? Ich habe die Taschlampen. Ich weiß immer, wo ich stehe. Du kannst mir am Arsch lecken. Weißt du das? Irgendwann bist du eine Mürbe. Oh, du wirfst jetzt aber nichts, ne? Sei in der Arsch. Ist egal, wo ich durchgucke. Die Aftos sind wohl hier vor mir. Oh, die will ich haben. Muss ich da irgendwie nicht kommen? Ich komme gleich. Muss ich kurz regenerieren. Na ja, reden, reden wir mal. Bin ich ohne die Treppe? Oh Gott. Gehen sie. Moment. Ach ne, hier ist das Loch. Einen habe ich. Auf, die können dann in den Zug reinspringen, da wo du bist. Du weißt. Habt ihr After hier liegen? Nimm die mit. Oh! Ich treff den nicht. Hab ich. Schön. Der ist Solo, der After, Mat. Spieler. Pass auf. Der ist oben. Hat einen Hit mit der Schottie. Weißt du die After? Ne, ne. Ist wahrscheinlich eh nichts drin. Wo hab ich die denn? Vor mir, da. Ach so. Soll ich den einfach reinwerfen? Ne, wirf auch raus. Ne, dann warte. Die ist leer. Ach, der ist leer. Ist der Kollege oder so von dem Dode? Ich glaube, ich glaube ja. Wenn ich einfach hochgehen könnte, wäre da... Warte mal. Warte mal. Ich werfe mal, ich werfe mal was rein. Ja. Schade. Und oben. Viele wissen gar nicht, dass man da durch kann. Komm mal nach oben. Oh oh. Ich will den mal rumlaufen. Der eine ist wahrscheinlich wieder... ...mit der leeren After. Der mit dem leeren After ist ja da. Ach ne, der müsste ja rusten, ne. Oben die Treppe hoch. Pfeil und Bogen. Irgendwie so ein Kapazitter. Bin drin. Komm mit. Autsch. Der ist da oben. Und ich glaube, das sind zwei. Aber einen. Ich glaube, da ist noch einer. Der ist irgendwo noch einer. Miloader. Oh, kommt bei mir an. Ey fuck. Ich habe dir nicht getroffen. Der hat vor allem Bogen. Nein, getradet. Ist niemand mehr da. Keiner mehr auf dem Server. Keiner mehr da. Die letzten zwei Damage waren die giftig. Nein. Mann. Schlipp aus. Kann ich nur einmal aufstehen und es holen? Der Solo-Spieler. Was ist denn mit dem? Weiß ich nicht. Ein, den eingeschlafen ist. Oder wurde er, oder wurde er, meinst du, der wurde, äh, genekrot? Drei ins. Oh, das weiß ich nicht. Ich kann auch sagen. So. Namenhafter. Nämlich Ne, der heißt namenloser So Schön Ja, war nix mehr los dann, ne? Da konnte man ja auch rausgehen Falls ihr es gefunden habt, solltet ihr das gerne an Abonnen nicht vergessen Tschüss Tschüss